Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Plenarsitzung am 4. Februar. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und uns allen eine gut geplante und auch vom zeitlichen Limit her eine gut organisierte Sitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest und habe nur wenige amtliche Mitteilungen. Zunächst gestern Abend hat sich die Enquetekommission Mobilität der Zukunft in Hessen konstituiert und den Abgeordneten Markus Meysner Fulda zum Vorsitzenden gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Zur Tagesordnung. Wir haben uns interfraktionell darauf verständigt, das geht auch noch, dass der Tagesordnungspunkt 36... Meine Damen und Herren, wir haben uns interfraktionell darauf verständigt, dass der Tagesordnungspunkt 36, der Antrag der Fraktion der SPD, betreffend Anpassung des Hessischen Wolfsmanagements, Drucksache 20 2916, abschließend in den ULA überwiesen werden soll. Das ist die allgemeine Meinung hier, dann machen wir das so. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen und alle sind angehalten, zügig zu tagen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den aktuellen Stunden. Eine ca. 45-minütige Mittagspause ist nach dem Tagesordnungspunkt 56, dem Setzpunkt der Fraktion der Freien Demokraten, vorgesehen. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich halte mich immer an das. Also, dann machen wir eine 60-minütige Mittagspause nach dem Tagesordnungspunkt 56, dem Setzpunkt der FDP. Es fehlen heute entschuldigt ganztägig die Abg. Kaya Kinkel, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Abg. Karin Hartmann von der SPD, der Abg. Dirk Graf von der AfD und der Abg. Dr. Rahm von der AfD. Gibt es weitere Entschuldigungen hier in dieser Runde? Das ist nicht der Fall. Dann könnten wir mit der Tagesordnung beginnen. Dann können wir natürlich auch mit der Tagesordnungspunkt 50 genutzt werden. Dann können wir mit der Tagesordnungspunkt 50.